Nachdem wir die ganzen Buchstaben gelernt haben und die Fetha, Dhamma und Kasra und auch deren Verlängerung, den Elif für den Fetha, für den A, den Yaa für den Kasra, für den I und den Wau für den Dhamma, also dem U. Machen wir jetzt ein bisschen alles gemischt. Kannst du anfangen? Ja, okay. Ich muss kurz sagen. Okay. Nie. 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 Super. Nächstes Wort. Okay. Nächstes Wort. Genau. Ra. Mitad sunga? Ra. Ra. Okay. Ra. Zila. Nächstes Wort. Nächstes Wort. Okay. Kuhu. 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 Na. Genau. Kuhu. Na. Super. Nächstes Wort. Okay. Ähm. T. Mhm. Ähm. Ich muss kurz verlegen. Ähm. T. 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 T oder T. T. Weder T noch T. Ja. Das ist ein Buchstab, vergiss dich mal. Der Buchstab ist richtig, die Harika ist falsch. Nicht T, sondern T. Ja, super. Ich werde dich ein bisschen verwirren, also ich mache das immer, dass eine Harika da ist und dann sage ich zwei anderen. Damit du nachdenkst. Okay. Okay. Taa. 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 Zupra, Haruri, okay. Zupra, Zupra. Okay. bei dir kommt das immer noch wie ein K raus das muss wie ein G rauskommen ja, aber Rika okay, nächstes Wort okay ich versuche mich noch mal zu erinnern aber ich vergesse mal wieder diesen Buchstaben dann 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 bei dir kommt das noch wie ein Rein raus es muss A sein also A ein bisschen dicker genau, super super ja nächstes Wort okay okay nur nuri nuri okay 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 nuri 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 La oder Lu? La. Das ist doch ein Bogen. Der erste Buchstab ist ein La, aber die Harika ist nicht. Wir sagen nicht La, sondern der Strich ist unten. Li? Li, genau. Li, va. Li, va, li. Genau, Li, va, li. Indem wir die Lippen benutzen und nicht die Zähne. Bei den Türken, die sagen Li, va. Das ist falsch. Li, va, li. Te, te, ne, te, ne, te, ne, te, ne, ve, te, ne, ve, le, lu. Mhm, super. Rula. Rula. Rula oder Rulu? Ruli. Super, genau. Nächstes Wort. Rula oder Rula. 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 Si. Si. Was denkst du? Ja. Se. 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 Ni. Genau. Maadi, OK. Okay. Tu, 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 ri, tu, ri, tu. Tu, ri, tu? Mm-hmm. Okay. Yeah. Kuni. Mm-hmm, Kuni. Ja. 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 Ki. 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 Nicht der da, sondern der ist immer noch auf seiner Räder. Genau. Räder, super. Okay. Me. 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 O. O, 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 O. Okay. Das war's. Äh, äh, luh, luh. Ja. Äh, äh, näh, lef. Nochmal? Äh, näh, lef. Aber wie, la? Äh, äh, nef. Ah, die hat das. Nein. Äh, äh, nef. Nuh, äh, nef. Nicht nun. Das ist kein nun. Der nun, der Punkt wäre oben. Der Punkt ist aber unten. Das ist wegen äh, bä, bä, lä. Äh, näh, bä, lä. Nee, äh, bä, lä. Äh, näh, bä, lä. Du sagst äh, näh. Das ist äh, bä. Äh, bä. Genau, bä, lä. Bä, lä. Okay. Ja, bä, lä. Bä, lä. Bä, lä. Bä, lä. Okay. Bä, lä. Mm-hmm. Bä, lä. Bä, lä. Mm-hmm. Hey. Hey. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah, tea. Hey, yeah, tea. Genau. Super. Haruna, yeah. Na? Ta... 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 No. Ta... Ta... Letztes Wort. Letztes Wort. Nicht nur, sondern? Nein, nicht nur, sondern in Fetha. Nein. Genau. Nein, Jati. Okay. Dann bleiben wir hier, inshallah, stehen.